Ja, ich beginne heute mal mit, ja, letztendlich mit Öff-Öff, Jürgen Wagner von der Schenker-Bewegung, anlässlich auch jetzt gerade das gerade stattgefunden habenden Kongresses von Makers for Humanity, M4H, sozusagen mit dem For Futures Summit, also 4 Futures Summit und der da auch wieder aufgesprochenen leidigen Geschichte, dass versucht, Scientists for Future versucht haben, sozusagen ein Monopolist zu sein und einen Alleinanspruch zu erheben, sozusagen die einzigen Wissenschaftler der Erde zu sein, die im For Futures Kontext drin seien. Dabei ist es genau genommen genau ganz anders, ja. Es ist doch faktisch alles völlig anders, ja. Wenn, nehmen wir mal an, ich unterstelle jetzt mal, dass die offizielle Version stimmt und mutmaße jetzt nicht, ob vielleicht im Hintergrund noch andere Dinge eine Rolle spielen könnten. Übrigens, nachher geht es natürlich auch um Schweden, um Corona, um Dr. Wodak und so weiter. Aber erst einmal fangen wir an mit diesen Themen. Also, es geht weiter mit, wo ist es? Wir gucken es uns an. Also, normalerweise ist es doch so, die Scientists for Future haben genauso wie die Next Scientists for Future, hier haben die Scientists for Future, haben eine Stellungnahme verfasst, die sie gesagt haben, hier so in ihrer Stellungnahme haben die Scientists for Future gesagt, ja, die jungen Leute von Fridays for Future haben recht. Und da, die Scientists for Future haben sich in erster Linie darauf konzentriert, dass die Fridays for Future recht hätten, was die Besorgnis bezüglich des Klimas angeht, ja. Und dann entscheiden die Fridays for Future, ob sie eine bestimmte Gruppe Artists for Future oder Parents for Future oder ob sie irgendwas mit anderen zusammenarbeiten wollen. Dann haben sie entschieden, ob sie vielleicht mit Extinction Rebellion zusammenarbeiten wollen oder die Fridays for Future haben entschieden, dass sie sich auch mit Ende Gelände zusammenarbeiten wollen. Und dann haben sich eben die Fridays for Future auch entschieden, dass sie sozusagen mit Scientists for Future zusammenarbeiten wollen, weil ihnen deren Stellungnahme gefallen hat, ja. Und genau so ist es jetzt natürlich auch, können sich jetzt noch 100 andere Scientists for Future-Gruppierungen melden, wie jetzt eben die Next Scientists for Future oder früher dann eben zweite Scientists for Future. Und dann steht es ja eigentlich, ist es allein die Sache der Fridays for Future, ob die sagen, wir nehmen diese Stellungnahme an, ja, sozusagen, und finden es gut, dass das hier in die Next Scientists for Future sagen, ihr habt recht, wenn ihr von System Change redet, ja, und so weiter, und hier von Umstrukturierung unserer Art zu wirtschaften, von Postwachstum, von postkapitalistischer Gesellschaft, Gemeinwohl, Ausrichtung der Wirtschaft und so weiter. Wenn ihr von sowas redet, habt ihr recht. Jetzt können sich jederzeit die Fridays for Future entscheiden. Und das hat jetzt wieder in typisch kapitalistischer undemokratischer Weise und der kapitalistischen Wissenschaft, die aus Unterdrückung anderer Denksysteme und Meinungen besteht, hat jetzt natürlich Scientists for Future hingegangen und hat gesagt, nein, 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 nur, also wir sind in den Fachzeitschriften drin, weil wir so kapitalismusfreundlich argumentieren und so weiter. Und darauf sind wir stolz. Und da über die Next Scientists for Future, deren gemeinwohlorientierte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und postkapitalistische Gesellschaft, Beendigung des Kapitalismus, Beendigung der Marktwirtschaft, gibt es ja keine Veröffentlichung, in Klammer, weil man eben mit aller Mühe es gemacht hat, dass man diese neuen Modelle in Science, in Nature, in Current Anthropology, in Spektrum der Wissenschaft eben aktiv nicht reingelassen hat. Und dann sagt Scientists for Future, ja toll, dass man die da nicht reingelassen hat. Deswegen sind wir dann natürlich die Größten. Und wir maßen uns an, jetzt zu beurteilen, dass es außer uns und neben uns eifersüchtig sagen wir, es darf keine anderen Scientists for Future geben. In Wirklichkeit ist das allein eine Entscheidung der Fridays for Future, mit dem sie zusammenarbeiten wollen. Und das ist doch deren gutes Recht, sich aus den verschiedenen Scientists-Gruppierungen die auszusuchen, mit denen sie gemeinsam in einer Weltpressekonferenz an die Öffentlichkeit gehen wollen. Also deswegen, also das ist wieder, das ist das, da zeigt sich der ganze Unsinn des Kapitalismus. Die kapitalistische Wirtschaft ist genauso erkenntnisfeindlich, argumentationsfeindlich, neuen Systemen gegenüber feindlich. Alles wird zugelassen. Leute dürfen Konzepte veröffentlichen, die aber in Wirklichkeit so irrelevant sind, dass sie nichts verändern können. Und ein wirklich zündendes und wirklich griffiges Konzept zur Beendigung des Kapitalismus. Dafür ist einfach, das darf in Wissenschaft nicht sein. Die Universitäten beziehen viele ihrer Gelder von den Konzernen der Wirtschaft. Einzelne Professoren kriegen ihre Forschungsgelder von der Wirtschaft. Und jetzt öffentlich aufzutreten und zu sagen, ja überall, ja und alles bekannt zu machen, ja da gibt es ein neues naturwissenschaftliche, die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre. Es gibt die neue hier, die neue korrigierte und komplett datierte mimetisch-genetische Evolutionsbiologie und die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik und die ist uns allen weit voraus. Das sagt eben kein Wissenschaftler. Jeder Wissenschaftler ist froh, dass er irgendwie der Star ist in der Wissenschaftswelt und in der kapitalistischen Wissenschaft geht es immer darum, zu verhindern, dass andere zu Stars werden, neidisch sozusagen und missgünstig und eifersüchtig zu verhindern, dass neue, genialere, bessere Ansätze überhaupt nur thematisiert werden, weil man dann nicht mehr der Star ist. Ein Professor, der hat mir das früher schon mal gesagt, hat gesagt, bei uns geht es wie bei den Hirschen zu. Da gibt es den Platzhirsch in der Wissenschaft und der boxt erst mal alles andere weg und die jungen Wissenschaftler werden nur akzeptiert, dass sie das nachbeten, was er erforscht hat und ihn zitieren. Und sobald sie es wagen, ihn zu übertreffen, sozusagen werden sie von ihm natürlich runtergedrückt, weil er möchte seine Platzhirschposition nicht verlieren. Also wir haben in der kapitalistischen Wissenschaft ist ein durch und durch krankes Gebäude und genauso pathologisch verhalten hat sich Gregor Hagedorn von den Scientists for Future auch verhalten, als er sozusagen sich anmaßte. Er könnte darüber entscheiden, wie viele Gruppen Scientists for Future es geben darf und dass es eben keine anderen zum Beispiel Next Scientist for Future oder Zweite Scientist for Future geben darf. Da hat er dann gleich sozusagen beleidigend das angegriffen und so weiter. Und das ist das Dilemma. Also in der kapitalistischen Wissenschaft geht es um Herrschaft. Und wer beherrscht die öffentliche Meinung und nicht um eine freie Argumenteplattform. Also ich mache das mal deutlich. Jürgen Wagner, wo ist er? Hier ist es, glaube ich. Hier hat ja auf dem Forum übrigens diese Links, die ich jetzt zeige. Alles, was ich jetzt zeige, ist direkt unter dem Video verlinkt, sodass man mal sieht, was alles so geschieht. Also zum Beispiel und was eben auch alle ignorieren. In der kapitalistischen Wissenschaft geht es eben darum, ignoriere alles, was unser Geschäft stört, sozusagen. Unsere kapitalistische Verbundenheit, unser Rechtfertigen des Kapitalismus stört. Unterdrücke das, ignoriere das einfach. Und ignorieren ist der Mechanismus im Kapitalismus, wie man trotz Meinungsfreiheit die Meinungsfreiheit unterminiert. Denn wenn man etwas ignoriert und totschweigt, dann ist es nicht da. Und dann ist es in Wirklichkeit und weg, sozusagen. Deswegen hat ja Jürgen Wagner hier jetzt auch in diesem Forum, das jedem frei zur Verfügung steht. Alles kostenlos, auch alle anderen Links werde ich gleich zeigen. Und da hat er eben geschrieben, freie Argumente Kultur für Orientierung an besten Argumenten in allen Fragen statt Manipulation. Also eigentlich hat er mit diesem Forum echte Wissenschaft begründet, denn kapitalistische Wissenschaft ist das Gegenteil. Es gibt keine Orientierung an den besten Argumenten, sondern es gibt das Aussondern von ungewünschten Argumenten und Modellen. Ja, und hier wird nochmal, da habe ich dann reingeschaltet, freie Argumente Kultur, FRAG, Kohle stirbt 2026, ganz einfach, wie. Ja, und also dieser Link ist schon mal unten drunter. Und dann Christian Felber zum Beispiel, Gemeinwohlökonomie. Ich mache mal nur ein Beispiel, wie sowas läuft. Er hat eben auch nur die Dinge in der Wissenschaft mitgekriegt, die er so mitgekriegt hat und so weiter. Jeder kriegt nur seinen winzigen Ausschnitt mit. Und Christian Felber hat gar nicht mitbekommen, dass es längst eine gemeinwohlorientierte Forschungslinie gibt, eben weil die eben auch wieder eben von den großen Fachzeitschriften nicht veröffentlicht wurde. Allerdings hat er auch falsch gesucht. Also er selbst ist eben auch nicht so in der Mitte der Wissenschaft gewesen. Denn hätte er in der Mitte der Wissenschaft wäre da gewesen, dann hätte er nämlich Folgendes gemacht. Dann hätte er erkannt, ja, also alle Betrachtungen zu Wirtschaftssystemkreisen im Moment, zumindest in Deutschland, um den Begriff Wohlstand für alle. Das ist nämlich von Ludwig Erhard, dem Bundeskanzler und Bundeskanzler und Wirtschaftswissenschaftler Ludwig Erhard. War das das Kernbuch, nach dem wir alle in Deutschland leben, nämlich Wohlstand für alle, soziale Marktwirtschaft, ja. Und jetzt hätte natürlich, wenn Christian Felber hätte gucken wollen, ob es denn schon längst gemeinwohlorientierte Wirtschaftsformen gibt, hätte er natürlich hingehen können, bei Google schon mal gucken können, ob es sowas gibt. Und dann hätte er es natürlich auch gefunden. Dann hätte er nämlich einfach gegoogelt hier. Ich kann es jetzt, das wird leider nicht ins Bild kommen. Hier oben habe ich jetzt mal eingetippt. Ja, wenn wenn also Wohlstand für alle dann das alte Modell von Ludwig Erhard ist, dann hätte man ja mal eintippen müssen bei Google oder irgendwo suchen müssen, ob es nicht doch gegen die Zensur in der Wissenschaft wenigstens schon mal Bücher oder irgendwelche sonstigen Materialien als Fortschritt gegeben hätte. Und dann hätte er eigentlich auf die Idee kommen können, dass er bei Google hätte eingeben müssen, nicht Wohlstand für alles, sondern wenn es gemeinwohlorientiert ist, muss es ja mehr sein, als nur Wohlstand, materielles, Haben, Besitz, Geld, Finanzen und so weiter, sondern dann müsste es sein, Wohlstand und X für alle. Und jetzt habe ich da oben einfach mal bei Google eingetippt, Wohlstand und X für alle. Und dann geht man dann, weil geht man dann auch noch auf Wört, wörtlich, also hier, da gibt es ja irgendwie die Möglichkeit, alle Ergebnisse oder Wört, wörtlich und so weiter. Und bin dann eben auf Wört, wörtlich gegangen. Und wenn man dann auf Wört, wörtlich geht sozusagen, dann erscheint plötzlich auf Amazon entscheidend eines der Bücher aus dem Kreise der Next Scientist for Future, das ihr übrigens nicht kaufen sollt. Der Next Scientist for Future hat auch den Ehrenkodex, dass wir keinerlei Geschäfte machen wollen, jetzt erst mal nichts hier verkaufen wollen und so weiter. Kauft also dieses Buch nicht. Ich zeige es euch nur, aber man sieht, Christian Fellber hätte also jederzeit finden können, Aha, da gibt es ein Buch Wohlstand und Gesundheit für alle, das also weit über die Ludwig-Ehrhardt'sche Materialismusfixierung Wohlstand für alle hinausgeht. Und eigentlich hätte das Buch, sollte das Buch eigentlich auch ursprünglich Wohlstand und Gesundheit und Wohlbefinden für alle, dann hätte er auch, aber das Buch, das macht ja deutlich, dass es genau darum geht, weil es da auch schon um die Wohlfühlnoten geht, als den Vorläuferbegriff und dann auch um die Wohlfühlstimme, als neue Wahlstimme und so weiter. Also Christian Fellber, wenn er so richtig mitten in der Wissenschaft gewesen wäre, hätte er mal gegoogelt nach Wohlstand und X für alle und dann auch nach wortwörtlich und dann hätte er dieses Buch gefunden. Ja, dann hätte er bei Amazon zum Beispiel, dann hätte er sich dieses Buch bestellen können, was ihr jetzt nicht bestellen sollt, denn das ist nur die erste Auflage, die ist veraltet. Allerdings wäre das schon, hätte ihm gezeigt, aha, da gibt es ja schon eine ganze Denklinie, die schon längst das Gemeinwohlorientierte schon längst durchgedacht hat und naturwissenschaftlich den Kapitalismus und die Marktwirtschaft in ihrer Schädlichkeit analysiert hat. Also bitte dieses Buch nicht kaufen, denn hier bei uns darf es nicht um das Verkaufen gehen, deswegen mache ich das auch mal gleich zu hier. Sozusagen so sieht dieses Buch also aus und ja, dann mache ich das mal zu, denn das darf nicht sein und das kann ich ja auch schon zumachen, das habe ich ja auch gezeigt. Also wenn man googeln und suchen hätte wollen, aber das ist ja das Wesen der kapitalistischen Wissenschaft, man will ja gar nicht wissen, dass es schon andere Leute gibt, die besser sind als man selber, die schon weiter sind und so weiter. Aber damit will man sich ja gar nicht beschäftigen. Jeder in der kapitalistischen Wissenschaft möchte der Platzhirsch sein und dazu gehört die Unterdrückung des Denkens anderer und das machen eben die Besitzer von Fachzeitschriften, indem sie alles wegzensieren, was sozusagen kompetenter ist als sie selber. Na, Schluck Wasser. Ja, und dann sehen wir hier, jetzt habe ich zum Beispiel mal bei neobooks.com gesucht und habe mal gesucht nach so Büchern aus dem Umfelde und aus dem Kontext der Next Scientists for Future. Da finde ich zum Beispiel hier, zum Beispiel so ein Buch hier, neobooks.com, also das sind dann E-Books, die es ja auch in Print-Versionen kann man wohl, glaube ich, auch kaufen kann, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß es nicht genau. Da steht zum Beispiel hier, der Weg zu viel mehr glücklich sein, Gesundheit, Wohlbefinden und Wohlstand von Pseudonymus für Reiche und Mächtige und für Arme und so weiter. Also da ist also schon wieder eins, bitte nicht kaufen. Wir machen hier keine Werbung für Bücher. Alles, das habt ihr kostenlos unter dem Dings drin. Oder hier so ein Buch, adlig, einflussreich und schön, aber mal ehrlich, wie steht es mit dem Glücklichsein und der Gesundheit. Oder hier der neueste Stand der Biologie, Naturwissenschaft als Schlüssel zu einem gesünderen, glücklicheren und reicheren Leben und so weiter. Aber wie gesagt, das hat eben Christian Felber und die Wissenschaftswelt alles aktiv ignoriert, so nach dem Motto, Totschweigen ist immer das Beste, dann ist man selber der Platzhirsch, sozusagen alle neuen Modelle, alle neuen naturwissenschaftlichen Analysen einfach ignorieren, die Anwendung des Naturgesetzes von Mutation und Selektion auf Gesellschaften und Wirtschaftssysteme einfach ignorieren, dann ist man selber der Platzhirsch und dann hat Christian Felber ja auch noch den Glücksgriff gemacht, dass er eben eine gute Werbemaßnahme gefunden hat, nämlich das Wortgemeinwohlökonomie und dass das Marketingmäßig gut war, aber warum ist es auch marketingmäßig gut angeboten worden, weil ein Verlag, der eben komplizierte Konzzusammenhänge nicht versteht, sondern nur irgendwie kapitalistisch interne Logiken noch akzeptiert, der hat dann dieses Buch dann rausgebracht, hat sich wohl an dem Begriff Gemeinwohlökonomie gestört, hat das dann aber doch akzeptiert und damit haben sie einen großen Verkaufserfolg erzielt und das ist eben der Punkt, was ja auch ÖFÖF anspricht, richtig, es sollte doch in einer echten Gesellschaft nicht um den verkaufskapitalistischen Erfolg entscheiden, was man dann als seriös betrachtet, also die Fridays for Future machen ja Reden an ihren Veranstaltungen auch über Gemeinwohlökonomie, nur weil sich im Kapitalismus ein Buch marketingmäßig gut verkauft, das sollte doch nicht die Plattform sein, sondern es sollte doch sein, was es tatsächlich an Argumentenqualität gibt in der Welt und genau das kann der Kapitalismus nicht, er muss immer alles wegzensieren, also hier hätte man es finden können, ja dann zeige ich, mache ich das auch mal zu wieder, dann hätte man hier auch wieder auf Neobux kommen können, hier hätte man ein Buch finden können, die Woodstock-Ära und ihre Ahnungen, wenige waren falsch, viele richtig, ja sozusagen hätte man auch wieder was finden können, aber nein, man wollte ja nicht finden, man will ja selber der Platzhirsch sein, der Eins, der Sein und so weiter und dann habt ihr hier zum Beispiel dieses Buch, was ich vorhin gezeigt habe, Wohlstand und Gesundheit für alle, da hat ja auch mitgewirkt, ein Magister für Soziologie, Philosophie, Musikwissenschaft, der seinen Abschlussprüfungsvortrag auch über die Inhalte der Next Scientist for Future an der Uni Köln gemacht hatte, ja dieses Buch, also Wohlstand und Gesundheit für alle und so weiter, das bekommt ihr jetzt also hier alles kostenlos zu lesen, sogar mit ein paar neuen Hinweisen drauf, wo der neueste Stand 2020 jetzt dazu ist, könnt ihr alles kostenlos hier lesen, also eben, wir dürfen, wir dürfen, also bitte kauft keines der gezeigten Bücher und genannten Bücher, hier habt ihr alles kostenlos, ja, hier in diesem, hier, das ist also verlinkt unten drin, ja, das ist verlinkt, das kann ich ja jetzt dann auch mal wieder zumachen, das habt ihr gesehen, dann hier habt ihr unten unter dem Video direkt auch den Link zu dieser Homepage, ja, der weltglücklichste WG-Gemeinschaft Ökodorf-Ministat, also hier, sozusagen findet ihr auch wieder alles kostenlos, dass ihr diese Seite hat auch schon 12.000 Seiten hier und das ist aber ganz normal, dass Christian Felber eben gesagt hat, ja, ich finde nichts, ich suche nach nichts, ich finde nichts, also bin ich der Gründer des gemeinwohlorientierten Denkens, in Wirklichkeit hat er nur einfach damit eben gar nicht nach den Dingen gesucht, wo er hätte sehen können, ja, meine Denklinie ist ja schon lange da und schon lange bekannt und so weiter und die haben das Ganze noch viel naturwissenschaftlicher fundiert, aber so ist das, jeder guckt so, dass er im Kapitalismus einen Verkaufserfolg hat, dass er prominent wird und dann sagt er, ja, naja, also ich bin jetzt der Prominente und dann versucht er natürlich alles andere nicht reinzulassen in die öffentliche Diskussion, weil dann wäre er ja nicht mehr prominent und so ist das alles mit dem Neid und dem Missgünstigen mit dem Kapitalismus und da gibt es eben keine freie, bisher keine freie Argumente-Plattform, die hat ja jetzt öff öff begründet, ne, ja, und dann sehen wir hier nochmal die alte Homepage der Next Scientists for Future, die alte, die ist unten auch nochmal verlinkt, alles kostenlos, da könnt ihr auch wieder, wieder die andere Homepage vorher, die hatte ungefähr 13.000 Klicks und die hat jetzt hier, glaube ich, an die 4.000 Klicks, ja, nähert sich gerade den 40.000 Klicks, 40.000 Klicks nähert sich den, also es ist alles da, man kann alles kostenlos nachlesen, aber man will ja nicht, ja, hier geht es auch um den Souverän, Christian Fellber und so, Weinwohlökonomie und so weiter, also alles kostenlos, massenhaft veröffentlicht, vorhanden, eben aber nicht von den kapitalistischen Fachzeitschriften, die lassen so etwas nicht zu, ne, das ist eben einfach der Mechanismus, ne, so, dann kann ich das ja auch wieder wegmachen, da sind wir dann hier wieder, ja, und zum Beispiel hier wurde es dann in Fridays for Future nochmal angeboten, die freie Argumente-Plattform auf der Seite Fridays for Future Köln, also niemand soll sagen, dass es nicht massenhaft Veröffentlichungen gibt, nur dass im Kapitalismus eben alles, was kapitalismuskritisch ist und nicht harmlos ist, es gibt bestimmt auch in den Universitäten auch einzelne Veröffentlichungen, die kapitalismuskritisch sind, aber die sind so unbedeutend und so harmlos, dass jeder sofort merkt, das wird die Sache nicht in Frage stellen, das ist kein wirklich tiefgreifend neues Modell und dann kann man sowas ja mal zur Veröffentlichung zulassen, aber es ist ja nicht relevant und deswegen kann ja keinen Schaden anrichten aus Sicht der Kapitalismus-Gläubigen, ja, und ja, insofern, warum habe ich das jetzt hier doppelt, naja, hier, so, dann ist es doch nicht doppelt, dann habe ich mich hier nur vertan, nee, da ist es doch, ja, also deswegen, also jetzt hier, eigentlich hat Öff-Öff-Wissenschaft neu eröffnet, das, was wir schon immer gesagt haben bei den Next Scientist for Future heißt das, hieß das früher Anreiz korrigierte Wissenschaft, ja, also eine Wissenschaft, in der es nicht darum geht, Meinungen zu unterdrücken, weil eben interessant nur ist, was, was geldbringende Meinungen sind und Profite ermöglichende Meinungen sind und so weiter und das eigentlich hier mit diesem Forum, mit dieser Forumsunterabteilung, dann eigentlich mit der freien Argumentekultur, das ist eigentlich der Beginn einer neuen Wissenschaft und die nextscientistsforfuture.de haben natürlich selbstverständlich auch eine Wissenschaftsreform, die dann eben bedeutet, dass die Wissenschaft ganz neu gelenkt wird, nämlich dass Wissenschaft der Professor sozusagen belohnt wird, der etwas für das Wohlbefinden, die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten für die Lebensqualität der Bürger Nützliches erforscht hat, der wird dann zum Platzhirsch und nicht eben der, der die meisten Spendengelder von der Industrie bekommt und eben eine kapitalismus- und wirtschaftsfreundliche Forschung gemacht hat, die dann meistens Produkte hervorbringt, die den Menschen schaden. Ja, dann schauen wir uns doch noch mal weiter an. Jetzt habe ich hier das, glaube ich, alles zugemacht. Dann sieht man hier, ach so, das ist noch mal die alte Homepage, die habe ich ja eben schon gezeigt. Dann haben wir hier die neue Homepage, habe ich ja auch schon gezeigt. Also Maßen an Material, sich einzuarbeiten und so weiter. Und ja, hier dann auch noch mal der Allgemeine Patientenverband. Auch das kann man lesen. Hier Christian Zimmermann, Arzt, Präsident des Verbandes. Unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für die Gesundheit geworden. Da kann man also nachlesen, also die Gefährlichkeit unseres jetzigen kapitalistischen Gesundheitswesens und so weiter. Ja, und dann geht es hier weiter. Ja, Greta, ja, wie gesagt, dann haben wir Ihnen mit Artikeln das angeboten. Aber nein, auch der Bild-Zeitungsartikel wurde ignoriert. Dann der Artikel hier, sozusagen, muss ich ein bisschen kleiner machen, damit man das besser sehen kann. Na, was ist da los? Das rückt nicht in die Mitte. Na, schade, dass irgendwas funktioniert hier nicht. Ja, komisch. Jetzt geht es vielleicht. Das kann jetzt, nee, es lässt sich nicht richtig holen. Greta Thunberg und For Futures, die gewünschten 900 Milliarden fürs Klima am 18. 19. 5. 2019 war das ab. Oder verfallen diese hier postet 2019. Ja, es ist alles veröffentlicht worden. Nur im Kapitalismus besteht eben unsere Welt aus, einfach die Dinge ignorieren, die irgendwie anders sind als man selber und so weiter. Ja, und darum geht es im Kapitalismus. Und dann haben wir hier, ja, das war das. Und dann haben wir, ja, also damit dann noch ein, jetzt nähern wir uns mal auch dem Corona. Erstmal sage ich aber vorher noch hier, bevor ich auf Corona eingehe, ich bringe schon mal unser Tagesbild ins Bild. Oh, wo ist das hin verschwunden? Das ist ja komisch. Das ist ja lustig. Wo ist das hin? So, da muss ich es nochmal neu aufmachen. Dann ist es jetzt hier zum Schauen. Irgendwie hat es sich verdünnisiert gehabt. Ja, dieses Tagesbild heißt eben Please don't hug. Ja, das macht nochmal deutlich hier, wir leben im Kapitalismus. Und die oberste Botschaft der kapitalistischen Medizin ist natürlich auch jetzt bei Corona. Bitte nicht umarmen, ja, bitte nicht näher kommen, ja. Dazu muss ich mal ganz kurz erläutern, also im Kapitalismus ist es halt so, also, dass eben die Medizinindustrie, denken wir nur dran, wie hat sie die Sexualität unterdrückt? In der Medizinindustrie gab es Strömungen, die sagten, Homosexual ist unnatürlich, das müssen wir behandeln, medizinisch therapieren, ja. Also da ist ein Element von kapitalistischer Unterdrückung des Körperkontaktes. Denn der Kapitalismus braucht den einsamen, kaufsüchtigen Single, der sexuell unbefriedigt ist und der kaufsüchtig und konsumsüchtig wird im Sinne einer, aus einer sexuellen Unbefriedigtheit raus. Und deswegen ist jetzt auch bei Aids zum Beispiel, ging dann die, bei der Aids-Hysterie, bei der Übertreibung von Aids als Killer-Virus, der uns jetzt alle umbringt, komischerweise leben in Deutschland alle Leute noch und so weiter. Aber es wurde auch dort gesagt, das wird uns alle umbringen und deswegen, Leute, habt keinen Sex mehr miteinander, denn dann kriegt ihr alle Aids. Komischerweise haben doch nicht alle Aids gekriegt und so weiter. Und jetzt haben wir den Killer-Virus Corona, den angeblichen Killer-Virus Corona und dann heißt es eben hier, bitte nicht umarmen, bitte Abstand halten, wieder bloß kein Sex, kein Schwusen, kein gar nichts und so weiter. Also das ist, die Medizinindustrie war in diesem Sinne schon immer eine Dienstmarkt des Kapitalismus insgesamt und Unterdrückung der Sexualität war immer, immer der Wesenskern, das ganzen Do-Not-Huck-Unterdrücken. Ja, und das ist eben auch jetzt natürlich bei Corona, wir stellen das heute mal in diesen Großzusammenhang, dass es natürlich der Medizinindustrie immer nahe liegt und dem Kapitalismus immer nahe liegt, Gedankeninhalte zu unterstützen, die am Ende die Liebe, die Sexualität und den Körperkontakt und die Nähe zwischen Menschen unterbinden, denn am Ende sollen ja der einsame, kaufsüchtige Singles shoppen. Und das ohne böse Absicht, das sind die stummen Evolutionsprozesse im Kapitalismus. Schluck Wasser. Und dann vielleicht jetzt, bevor ich auf Corona eingehe, noch tiefer eingehe. Ach so, habe ich das schon erwähnt, dass es ja auch hieß, ja, Masturbation, die Ärzte haben früher gesagt, Masturbation, der führt zu Gehirnschwund und macht krank und so weiter. Also die Medizin war schon immer ein Element der sexuellen Unterdrückung im Kapitalismus und so weiter. Und sie ist es jetzt mit Corona halt wieder mal. Ja, und wie gesagt, die Ärzte glauben, dass es sich um ein Killer-Virus handelt. Und wenn es ein Killer-Virus wäre, wie die, oder ein Killer-Erreger wäre, wie der Pesterreger, dann wäre das ja alles gerechtfertigt. Aber das, beim Kapitalismus geht es halt immer um die Übertreibung, die Gefährlichkeitsübertreibung, die dann also sozusagen letztendlich die Sexualität unterdrückt. Und dann jetzt noch ein Stichwort, gehe ich mal hier auf unsere Bilder, ja, da gehe ich doch mal hier hin, Moment, wo sind wir denn? Hier, World Council of Wise People, hier einige der Professoren, des Weltrates der Weisen. Und hier, darauf muss ich noch mal eingehen, ja, dass also, hier, ja, also, der sieht so ein bisschen nach Bonobo aus, der ein bisschen nach Schimpanse, weil der Bonobo, der hat schon den etwas eleganten, ganzer aufrechten Gang als der Schimpanse, ja, die Bonobo-Kommune, also, der Grundfehler ist, dass die, also die Bonobos leben ja kommunistisch. Das ist also der, der einzige Urkommunismus, den man heute, der Ursozialismus, Urkommunismus, der urmatriarchale Urkommunismus, den man heutzutage noch studieren kann, ist der der Bonobos. Professor Franz de Waal hatte ja gesagt, ja, die leben ja tatsächlich, make love not wo, das sind ja matriarchale Hippie-Affen und, und die haben ja zwölfmal am Tag miteinander Sex hier, diese Bonobos, und, ja, und, das hat er immerhin redlicherweise dargestellt, obwohl er selbst ja ein Anhänger der Monogamie ist und das eigentlich ja ablehnt, ne, und, aber das Dilemma ist, dass dann jetzt eben hier in den, im Stalinismus, Honeckerismus, Maoismus und so weiter, also bei den Linksextremisten immer wieder Ideen da sind, die unbedingt über den Kommunismus, den Urkommunismus, der Bonobos hinausgehen, wollen und das ist, da sind wir an dem Punkt, dass das leider nicht geht, ja, denn die, wir, die Bonobos und wir Menschen sind beide aus DNS gemacht und die DNS ist nun mal ein, äh, was, was eben jedem, äh, links Radikalen widerstrebt, die DNS ist ein Multiplikator von Ungleichheit, also überall, ja, also schauen wir es uns nochmal an hier, hier da in der Evolution, immer hat die DNS kleinere Gehirne vorgebracht, hier größere Gehirne, ganz große Gehirne, vor 30.000 Jahren circa 1500 Milliliter Gehirnvolumen, jetzt sind wir schon wieder degeneriert durch den Kapitalismus, durch die Marktwirtschaft, haben nur noch 1350 Milliliter, werden immer kränklicher, osteoporotischer und, und rollen demnächst alle am Rollator osteoporotisch mit, mit gekrümmten Rücken und allem dahin wieder, weil der Kapitalismus, die Marktwirtschaft uns alle zerstört gesundheitlich, ja, aber eben, äh, hier diese unterschiedlich großen Gehirne und Köpfe und so weiter, ja, das ist alles, äh, weil die Evolution und die DNS und das Genom grundsätzlich ein Ungleichheitsgenerator ist, also die Idee der absoluten, erst mal schon der absoluten Gleichheit ist in der Bonobo, im Bonobo-Kommunismus nicht realisierbar und wird auch bei Menschen nicht realisierbar sein. Es wird, äh, soll entweder wir töten uns alle oder, oder wir bestehen weiterhin aus DNS und dann wird es immer Ungleichheit geben, also auch Leistungsfähigkeitsunterschiede immer grundsätzlich geben, ja, und deswegen, und auch bei den Bonobos ist es eben so, dass die, äh, die Frauen, äh, extrem Leistungsmessung betreiben, die, die betreiben die, die Leistungen der Bonobo-Männer. Wer in der Bonobo-Gruppe, in der Bonobo, im Bonobo-Kommunismus, den Frauen mehr, Früchte und Gemüse und so weiter schenkt, ja, äh, den Spermien, der, der größten Schenker der Kommune, immer den größten, den schnellsten und leichtesten Zutritt zu ihren Eizellen genehmigen sozusagen. Das ist in den Körpern verankert. Ich will jetzt nicht die einzelnen genetischen Mechanismen darstellen, mit denen das alles biologisch in uns verankert ist. Also die Frauen der, der, des Kommunismus, des Urkommunismus sind die, die ständige Leistungsmessung betreiben, ständigen Vergleich betreiben und die ein Minimum an Leistungsfähigkeit von Männern erwarten, um eben ihre Spermien dann, äh, denen den Zugang zu ihren Eizellen zu lassen. Und das werden wir nicht ändern können. Wir werden also keinen Kommunismus, Sozialismus, Planwirtschaft und so weiter, keinen echten herstellen können, der sozusagen nicht wenigstens Spuren von Leistungsmessung, von Leistungstransparenz, Ranglisten, Wettbewerb, Marktelementen und so weiter hat, wenn auch natürlich unter einem planwirtschaftlichen Dach. Aber wir haben ja gesehen, wenn man wie Stalin oder Mao oder Honecker versucht, irgendwas anderes, also quasi genau genommen haben diese anderen Modelle immer, diese pseudokommunistischen Modelle immer, so gedacht, ja, wir müssen den Menschen ändern und wir können den Menschen ändern. Aber der Witz ist, wir können den Menschen nicht ändern, weil wir die DNS nicht ändern können, ja. Und das ist das Dilemma und deswegen wird es auch im idealen Kommunismus immer kleine Elemente dieses, dieses Wettbewerbs der Leistungsmessung geben. Seien wir doch froh, dass unsere Art und die Bonobos einen friedlichen, sanften Wettbewerb, das Variante des Wettbewerbs genetisch erfunden haben, dass bei uns keinerlei Gewalt mehr eine Rolle spielt, keine gewaltsame Eifersucht, sondern nur der Kapitalismus uns wieder aufgehetzt hat zur Gewalt, zu Krieg, zu Eifersuchtsmorden und ähnlichen Dingen. Aber das sind ja alles kapitalistische, pathologische Erscheinungen. Also die Bonobos und Homo erectus vor 400.000 Jahren. Unsere Genetik ist geeignet für eine ganz friedliche kommunistische Lebensweise. Und seien wir doch froh, dass wir wenigstens das haben. Und träumen wir nicht davon, den Menschen umbauen zu können. Wir können die DNS nicht umbauen. Wenn wir jetzt anfangen würden, mit Gentechnik an unserer Genetik rumzuwurschteln, das würde am Ende zur Katastrophe werden. Also das ist sozusagen so, den neuen Menschen zu schaffen, ich glaube, das würde wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit total scheitern. Und ja, von daher muss ich sagen, also alles, was wir erreichen sollten, ist, den Kommunismus zu realisieren und den Sozialismus zu realisieren, den unsere Genetik zulässt. Also einen, der parallel ist zu dem urkommunistischen Lebensstil der Bonobos. Wir sind zwar weiterentwickelt als die Bonobos, intelligenter, noch pazifistischer, noch friedlicher als die Bonobos, aber eben so ganz weit entfernt von den Bonobos und ihren internen Wettbewerbssituationen und den Leistungsmessungen, die die Frauen der Bonobo-Kommunen vollziehen. Ja, die Damenwahl, die auch bei den Bonobos vorhanden ist und zwar einfach nur in der, die Damenwahl bezieht sich darauf, welche Spermien lasse ich an meine Eizelle ran, während die Damenwahl bei den Bonobos eben nicht darauf bezogen ist, welchen Mann schließe ich aus von der Sexualität. Das findet bei Bonobos nicht statt und das ist doch schön, wenn dann jeder ein erfülltes Sexleben hat und so weiter und die Frauenkörper halt still und leise entscheiden, wer der Vater des nächsten Kindes in der Kommune wird und das werden dann meistens die, die größten Schenker der Kommune. Ja, also das heißt also, wir sollten nicht träumen, sondern sollten den Kommunismus machen, der möglich ist. Dann jetzt kurz Schweden. Ja, wo ist es? Schweden, ja, also wieder, das habe ich ja erklärt, hier mit dem Please Don't Hug, kapitalistische Medizin, ja, und so weiter. Und ja, das ist natürlich von Fridays for Future auch ein Fehler jetzt zu hoffen. Es gibt jetzt ja auch ein neues Buch, das also nochmal deutlich gemacht wird. Das hat diese Hoffnung, dass Fridays for Future, in dem sie jetzt sagen, wir stellen uns hinter die Wissenschaft bei Corona und jetzt sollte sich aber die Gesellschaft danach auch hinter die Wissenschaft beim Klimaschutz stellen, dass diese Rechnung nicht aufgehen wird, sondern dass jetzt wegen Corona, ja, sozusagen die Wirtschaft einen Weg finden wird, dass der Klimaschutz ganz nach hinten gestellt werden wird, weil jetzt erstmal die Wirtschaft wieder gerettet werden muss und so weiter. Also war das dann wahrscheinlich die falsche Strategie von Fridays for Future. und dazu nochmal ein paar harte Daten, ja, wo haben wir es, sozusagen hier der Taschenrechner, den muss ich wieder größer machen, weil das sich offensichtlich alles gegenseitig beeinflusst bei Google. Schauen wir mal, wo ist der Taschenrechner, liebe Leute, na, was ist denn hier los? Ja, wahrscheinlich so müsste es gehen, ne? Ich glaube, so ungefähr müsste es jetzt gehen. Warte mal, vielleicht kann ich es noch ein bisschen besser machen. Ach, da stimmt doch was nicht. Naja, ich mache es mal so. Ich glaube, jetzt kann man es sehen. Ich hoffe, dass man es jetzt ungefähr sehen kann. Also die Zahlen, ich mache mal, im Gegensatz zu gestern, bringe ich mal noch eine andere Zahl rein, ja? Also, in Deutschland sterben zu Winterzeiten jeden Tag normalerweise 2500 Menschen. Was ist denn jetzt los? Warum funktioniert der Taschenrechner nicht? Gibt es denn sowas? Jetzt ist er da. Aha, jetzt ist er da. Ja, da ist er jetzt. Könnt ihr ihn sehen. Ich hoffe, ihr könnt den Taschenrechner sehen. Ah, so, jetzt könnt ihr, glaube ich, gut sehen, den Taschenrechner. Also, jeden Tag sterben ganz normal im Jahresdurchschnitt 2500 Menschen in Deutschland täglich. Im Winter sind es eher 3000, bis zu 3000 täglich. Das war eine Null zu viel. 3000 täglich sterben, also jeden Tag. also im Winter sterben innerhalb 3000, drei Tagen, also schon mal 9000 Leute und wir haben, glaube ich, 8000 Corona, sogenannte Corona-Tote in, in, in Deutschland, was mich nicht beängstigt. So, und dann hatten wir hier sozusagen im Grippewinter 18 hatten wir ja 25.000 Grippetote. Das sind also schon mal, aber das ist nicht entscheidend. Schweden ist entscheidend. Also, wenn man jetzt 3000, Schweden hat nur ein Achtel der Bevölkerungszahl, also teilen wir wieder durch 8, dann sterben in Schweden ja ungefähr 375, also zwischen 300 und 400 Menschen im Winter täglich ganz normal in Schweden, ja. Das heißt, dass sie also in 100 Tagen, also mal 100, in 100 Tagen sterben, also in Schweden ganz normal 37.500 Menschen und Schweden hat jetzt angebliche, das ja alles von den Diagnosegeflogenheiten der Mediziner abhängt, also der kapitalistischen schwedischen Medizinindustrie abhängt, die natürlich jetzt diese Modediagnose Corona hat und natürlich oft auch wahrscheinlich ganz oft testet, bis sie endlich ein positives, falsch positives Ergebnis bei den Gestorbenen finden und so weiter, weil sie als Ärzte selbst nicht glauben können, dass Leute Corona-ähnliche Symptome haben können, ohne tatsächlich an Corona gestorben zu sein, Schluck Wasser. Ja, und das heißt also, dass also die Zahl in den letzten 100.000 und 100 Tagen sozusagen von 37.500 auf maximal etwas über 40.000, 42.000 in Schweden gestiegen wäre, das heißt, wir haben eine etwas minimal kräftigere Grippesaison dieses Jahr in Schweden gehabt und Schweden ist deswegen wichtig, weil die eben ja wesentlich wenige Maßnahmen da, die Menschen haben sich in Schweden hatten viel mehr Infektionsmöglichkeiten als wir hier in Deutschland und trotzdem haben die nur eine Wintersterblichkeit, die einer kräftigen Grippe entspricht, also war der Lockdown falsch und unnötig und so weiter mit all den Schäden, Kollateralschäden, die jetzt der Lockdown anrichtet. Dr. Wolfgang Wodag sagt, bestätigt das ja alles nochmal und sagt auch noch was Neues, nämlich, dass er sagt, 20% reichen für die Herdenimmunität, also 20% an Menschen, in die der Virus rein, in das Virus reingekommen ist sozusagen und dort Antikörper hinterlassen hat, ja, denn es ist gar nicht nötig, sagt er, dass da 60% erreicht werden, denn das ist dann, ergänze ich mal, es gibt ja auch ganz viele Menschen, deren Abwehrsystem so stark ist, dass sie das Virus gar nicht in den Körper reinlassen und deswegen auch keine Antikörper entwickeln, also ganz viele Leute haben so eine starke Abwehr, dass sie quasi noch nicht mal Antikörper entwickeln, ja, und deswegen ist dann wahrscheinlich, wenn 20% Antikörper entwickelt haben, ist wahrscheinlich schon längst eine Abwehrmacht von 60, 70% erreicht, denn, denn, wie gesagt, die, die mit den starken Immunsystemen, bei denen kann man ja gar keine Antikörper nachweisen, obwohl sie resistent sind gegen Corona, ja, also das macht die Sache dann etwas schwieriger, aber eben, ja, deswegen, also Schweden müsste jetzt aus allem raus sein, wenn Wodak recht hat und wir, die Next Scientists for Future recht haben, die als allererste auf die Unklarheiten bei den Statistiken hingewiesen haben, ja, ja, und so, damit fasse ich also zusammen, die kapitalistische Wissenschaftswelt, zu der auch Scientists for Future gehören, haben, tun immer und haben immer alles getan, die erste fundierte, echte Kapitalismuskritik der Next Scientists for Future zu unterdrücken, sei es, dass man sie in die entscheidenden Fachzeitschriften nicht reingelossen hat, sei es, dass Scientists for Future hingeht und so tut, als ob niemand auf der Welt außer ihnen Wissenschaftler für die Zukunft sein dürfte und so weiter und sich den Fridays for Future auch niemand anderes anbieten dürfe als ihn, da haben wir dieses Platzhirsch gebaren, eifersüchtiges Rivalisieren und so weiter, typisch kapitalistisch und das ist eben alles verrückt, und ja und wir haben eben nochmal verbunden, dass es eben auch dem Kapitalismus immer nahe liegt, Krankheiten also oder vermeintliche oder Gefährlichkeitsüberschätzungen von Erregern für sexuelle Unterdrückung zu nutzen, Unterdrückung von Sexualität als Wesensanliegen des Kapitalismus, please don't hug haben wir jetzt nochmal zum Schluss hier please don't hug und dann sind wir jetzt wieder bei unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute ja hier Markus Krall hier ist übrigens nochmal dann freie Argumente Plattform hier Demokratie Pur Talkshows ja und eben das eben all die Bücher die es von Next Scientists for Future eben gibt dass man die eben alle auch ignoriert hat und so weiter auch weil man eben nicht richtig gesucht hat weil man nicht gesucht hat ah ja Wirtschaftssystem in Deutschland ist gekoppelt mit Ludwig Erhards Wohlstand für alle also suche ich doch mal nach Wohlstand und X für alle wenn es um eine Veränderung des Gesellschaftssystems geht das hat man nicht gemacht deswegen hat man sich dann hat man dann eben insofern alle neuen Modelle ignoriert und dann hat Christian Felber halt gedacht er wäre der Erste der in Richtung Gemeinwohl Ökonomie und Putans Nationalglück und so weiter denken würde in Wirklichkeit haben das machen dass die Next Scientists for Future schon seit 1968 ne und ja und schon das und die Bücher und die ganzen Texte und Materialien das wurde ja alles schon viel früher veröffentlicht wobei ja also spätestens dann mit den Büchern die dann 2005 veröffentlicht wurden wo das dann alles hätte bekannt sein sollen ja also gut so dann so viel zur jetzigen wissenschaftlichen Tagesschau heute ist doch wieder ein bisschen länger geworden also bis bald Tschüssi und wie gesagt unten direkt unter dem Video habt ihr Material und Veröffentlichung so viel wie man also unendlich Mengen und so weiter und wie gesagt der Kapitalismus lässt das nicht in sich rein und das ist leider so ne Kapitalismus kritische neue Weltmodelle werden nicht reingelassen werden zensiert fertig aus ja und Scientists for Future haben eben mit zensiert haben versucht zu zensieren ja aber wie gesagt das ist ja die Entscheidung von Fridays for Future dass die sich das nicht gefallen lassen sondern sagen ja okay wir möchten jetzt aber auch mit den Next Scientists for Future kooperieren weil die nun mal die einzigen sind die uns den Kohle Stopp 26 realisieren können ja also bis bald Tschüssi tschüssi tschüssi